Hey ho, Online-Journalist impf wieder am Start mit einem weiteren Video über, äh, Politics. Ich kann euch auch nicht sagen, was ihr wählen sollt, aber ich hab da so eine Empfehlung, was man vielleicht nicht wählen sollte. Warte mal, so nimmt mich doch keiner ernst. Ähm, Moment, ich hab da mal was vorbereitet. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Ja, okay, Spaß beiseite. Alter, gehen mir diese scheiß blaue Haare-Gags auf den Sack. Habt ihr die Haare von dem gesehen? Boah, der dumm. Ja, ähm, ich mag den auch eigentlich. Ich hab zwar mal ein Video über den gemacht, dass ich sein Pressevideo so ein bisschen zu platt und einseitig fand, aber, ne, das war schon Kritik auf hohem Niveau. Und gut, manches, äh, teile ich jetzt nicht hundertprozentig und die Medien stellen den auch gerne so hin, als ob es der einzige intelligente YouTuber wäre und als wäre er quasi unser Jesus, der die junge Generation rettet. Und andere sagen, so ein Held ist er ja doch nicht, aber kann er ja selber auch nichts für, ne. Und wenn man jungen Leuten auch mit ein paar Anglizismen beibringt, warum die CDU und die Bild-Zeitung ganz großer Müll sind und man das nicht supporten sollte, dann finde ich das ja doch tendenziell gut. Immer schön drauf auf die Schweine. Immer feste drauf. Sorry für die Verspätung, ich hatte das eigentlich ein bisschen früher vor, aber man kennt das ja, dann kommt immer noch dies dazwischen, das dazwischen. Man wird ein echter YouTuber mit einem richtigen YouTuber-Regal zum Beispiel oder es passieren noch irgendwelche Dinge, wo man denkt, ah, besser noch ein bisschen abwarten. Ist auch immer so ein bisschen unbefriedigend, wenn man so ein Video über die CDU zum Beispiel rausbringt und dann kurz nach dem Upload sich der Spitzenkandidat von zwei Zehnjährigen in die Ecke drängen lässt und man denkt, ah, das wäre vielleicht eigentlich noch ganz gut gewesen, hätte noch ganz gut reingepasst. Gut, ich gebe es zu, ich habe größtenteils, ich habe einfach getrödelt und andere Dinge gemacht. Aber immerhin kann man ja trotzdem nochmal sich daran beteiligen und nochmal mit obendrauf. Ein Großteil meiner Zuschauer ist ja auch schon wahlberechtigt, also vielleicht wusste der ein oder andere, vielleicht manches noch nicht oder möchte nochmal eine schicke Zusammenfassung, warum man diese Partei nicht wählen sollte. Also, here we go. Ich werde euch jetzt nicht sagen, wen ich wählen werde, aber diese Partei hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Die habe ich auch noch nie gewählt, habe ich auch in näherer Zukunft nicht vor. Die stehen bei mir bei Wahl-O-Mat, Wahl-Swiper-Dein-Wahl-ETC auch immer ganz unten. Also, gemeinsam mit der AfD, aber die ist halt auch größtenteils aus ehemaligen CDUler erwachsen und auch die aktuellen Vorsitzenden und hoheren Köpfe. Da sind sehr oft ehemalige CDUler dabei, auch bei den Mitgliedern, wenn man guckt, ob die vorher in anderen Parteien gewesen sind, woher die gekommen sind. Das sind meistens CDUler, also keine große Überraschung, dass es da einige Überschneidungen gibt und dass, wenn ich mit der CDU nicht übereinstimme, ich mit denen auch nicht besonders übereinstimme. Um die kümmern sich aber schon etliche andere Leute und die haben auch eigentlich nie wirklich so groß was zu sagen. Es will ja keiner mit denen koalieren. Die sind eigentlich permanent in der Opposition und gleichzeitig sind diese Leute hier die stärkste Kraft, die auch aktiv Gesetze machen kann und Entscheidungen treffen kann, weswegen ich es sinnvoller finde, über deren Schandtaten zu reden als über die meisten anderen. Und man denkt ja auch immer, dass die CDU hauptsächlich von irgendwelchen alten Säcken aus dem Seniorenheim gewählt wird, wodurch sich das Problem ja dann quasi von alleine beheben würde. Aber das stimmt nicht so ganz. Anscheinend wählt sogar ein Viertel der Erstwähler die CDU, obwohl teilweise CDUler schon anfangen, auf Erstwähler zu schießen. War jetzt auch nicht der einzige bewaffnete CDUler, da gab es zum Beispiel auch noch Lorenz Cafier von C wie Zukunft. Das war der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern und der hat eine Pistole gekauft von jemandem, den sein eigener Verfassungsschutz als Rechtsextremisten und als gefährlich einstuft. Ups, aber trotzdem wählen Leute CDU. Auch junge Leute. Aber warum? Warum würdest du das tun? Ja, sorry, kann ich euch auch nicht erklären, aber ich kann euch erklären, warum ich die nicht wählen werde und warum ich mich auch immer über deren Wahlergebnisse geärgert habe, weil die eigentlich immer zu hoch waren, meiner Meinung nach. By the way, Quellen sind in einem Dokument in der Beschreibung und YouTube-Quellen in einer Playlist. Let's go! Man könnte ein Kabinett besetzen, wie man es zum Beispiel in Kanada tut, wo der Gesundheitsminister ein Arzt ist, der Landwirtschaftsminister ein Landwirt, der Verteidigungsminister ein Veteran oder man macht es in Deutschland und nimmt irgendwelche, wie Precht es in seinem Podcast gesagt hat, Universal-Dilettanten, wo man dann einen Gesundheitsminister hat, der ein Bankkaufmann ist oder man hat Verteidigungsminister, die nicht beim Bund waren. Von der Leyen übrigens auch nicht. Die haben nicht mal die Grundausbildung gemacht und kommen jetzt da rein und sagen, moin Leute, wir sind jetzt hier die Neuen, wir zeigen euch jetzt mal, wie der Hase läuft, wir haben jetzt hier das Sagen. Da fühlt man sich doch wahrscheinlich schon ein bisschen verarscht, oder? Landwirtschaftsministerin Klöckner hat vorher ein bisschen was mit Landwirtschaft zu tun gehabt. Die war Weinkönigin und gut, Wein musst du ja auch anbauen und dann wirst du ordentlich besoffen. Dann hält man es auch in der CDU vielleicht aus, wenn man einfach jeden Tag ordentlich Wein reinknallt. Die hat sich aber auch sonst ein bisschen mit Landwirtschaft auseinandergesetzt. Zum Beispiel genießt sie hier Lebensmittel aus Rheinland-Pfalz von der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft. Orangensaft, Kaffee, Bananen. Guten Appetit, Frau Klöckner. Bei Artikel 13 wurde sich ja auch regelmäßig beklagt, dass Axel Voss eigentlich vom Internet überhaupt keine Ahnung hat und der Rest der CDU auch nicht so wirklich. Aber ihr kennt es ja wahrscheinlich von euch selber. Das ist halt diese Ü60-Generation, denen man dann erklären soll, wie ein Handy funktioniert. Und dann sagt man denen, damit können sie telefonieren und SMS und Fotos machen. Wow! Ja, das ist halt eine Partei aus Boomer. Also, ja, danke schön, dass ihr dann über das Internet bestimmt, obwohl ihr damit quasi kaum Berührungspunkte habt. Wenn es jetzt nach eigener Kompetenz in dem Bereich ginge, dann könnte ja fast das ganze Kabinett zurücktreten. Aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass die kluge Berater haben, die denen dann vorlegen, was sie da entscheiden könnten. Wäre vielleicht ganz gut, wenn man eigene Fachkompetenzen mitbringt und dann auch versteht, was die Berater einem da vorlegen, bevor man eine Entscheidung trifft. Gutes Beispiel war da die Luca-App, die eine absolute Katastrophe war. Ich kann euch dazu ein Video verlinken. Ist recht gut erklärt von jemandem, der mehr Ahnung davon hat als ich. Informatik kenne ich mich so ein bisschen aus. Der hier kennt sich besser damit aus. Lasst es euch lieber von ihm erklären. Link in der Beschreibung. Trotzdem wurde das von etlichen Regierungen gekauft, obwohl das totaler Schrott war. Der Topmann der CDU, er hier hat zum Beispiel auch einen erzkatholischen, erzkonservativen Berater. Nathanael Leminski heißt der. Der tritt nicht wirklich so viel öffentlich in Erscheinung. Aber wenn, dann ist es schon so ein bisschen creepy, was der so von sich gibt. Kann man sich mal reinlesen, was so Homosexualität und so was und Sex vor der Ehe angeht, hat er so ein bisschen veraltete Ansichten. Ist halt so ein bisschen so ein deutscher Steve Bannon. Also wenn man Laschet wählt, dann kommt der Typ anscheinend mit und sagt immer von hinten so ein bisschen so durch, was der machen soll. Also gruselig. Ich finde ja, dass Religion Privatsache sein sollte und dass man auch das C hier aus dem Parteinamen rausmachen könnte. Das sollte ja ein säkularer Staat sein, wo das Privatsache ist, an was man glaubt und christliche Werte. Ich meine sowas wie, du sollst nicht töten, dann kann man ja auch nicht so viele Kriegseinsätze mitmachen wie die CDU. Oder du sollst nicht stehlen, ne Friedrich Merz, Cum Ex und sowas, ganze Korruptionsfälle. Wir nehmen das C einfach weg, oder? Das ist doch auch cool. Du, wobei, demokratisch, mit den ganzen Korruptionssachen, Fraktionszwang, ich weiß nicht, ich finde auch die CSU nicht so sozial. Machen wir das einfach auch. U, dann ist es auch in Bayern und in Deutschland endlich mal die gleiche Partei. Ihr könnt euch beide doch einfach U nennen, dann hat man auch dieses ganze CDU-CSU-Ding nicht mehr. Werde ich in diesem Video auch als eine Partei behandeln, weil, come on, es ist eigentlich beides U. Eines der jüngsten Beispiele, was vermutlich auch die meisten mitbekommen haben, sind die sogenannten Maskendeals. Mitten in der Pandemie, wo es etlichen Bürgern so schlecht geht wie lange nicht mehr, machen sich so ein paar CDUler die Taschen voll, indem sie bestimmte Firmen, die Masken herstellen, so ein bisschen bevorteilen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Da geht es nicht darum, möglichst viele Leute in dieser schweren Zeit mit Masken zu versorgen, sondern sich selber so ein bisschen die Taschen voll zu machen, indem man bestimmte Firmen über andere Firmen stellt, im Gegenzug dann ein bisschen Kohle von denen abgreift. Wow, cool, im Sinne des Volkes. Haben Politiker aus deiner Rimmer mit Masken Geld verdient? Es gab ein paar und die sind gleich rausgeflogen. Wer Geld verdient mit Masken darf nicht mehr mitmachen. Als wäre das bei Masken der einzige Fall von Korruption gewesen. Apropos Laschet und Masken. Wenn Regierungen sowas in Auftrag geben mit einer Massenproduktion von irgendwas, wie zum Beispiel Masken, gibt es für gewöhnlich Ausschreibungen, wo sich dann mehrere Firmen bewerben können, denen ein Angebot machen können, wie schnell, wie viele, wie teuer, bla bla bla. Ja, aber in NRW war das nicht der Fall. Da hat Laschet einfach von seinem Sohn eine Firma empfohlen bekommen und gesagt, jo, die nehmen wir. Laschets Sohn ist nämlich Klamottenmodel und kennt eine Firma, die Textilien herstellt, für die er manchmal die Klamotten anzieht und Fotos machen lässt und sagt dann hier, die haben doch da so eine Textilproduktion, die können für uns die Masken machen. Und dann haben die halt direkt den Auftrag gekriegt. Wie nennt man das nochmal? Ach ja, Vetternwirtschaft. Cool, Armin, cool. Zu den bekannten Fällen in letzter Zeit, da habe ich euch hier mal eine Grafik eingeblendet. Ist ein bisschen viel CDU, es ist auch ein SPDler dabei und das sind natürlich auch nur die bekannten Fälle. Da gibt es auch wahrscheinlich noch einige, wo es so ein bisschen unterm Radar entlang gegangen ist und man das dann nicht so mitbekommen hat. Weiß man natürlich nicht. Was man allerdings weiß, sind Großspenden an Parteien über 50.000 Euro und das machen Leute ja auch nicht einfach nur, weil sie die Partei so gut finden. Mag es auch geben, dass vielleicht eine Einzelperson ganz viel Geld geerbt hat und nicht weiß, wohin damit und dann sagt er, meine Lieblingspartei kriegt da mal so ein bisschen Geld, aber wenn das von Firmen kommt, ne, come on. Hier, ich kann euch das mal einblenden, zeichnet sich doch auch deutlich ein Bild ab, wer da so die Gelder bekommen hat und wer nicht. Die Linke wirbt auch regelmäßig damit, dass sie keine Großspenden von Parteien annehmen, sondern maximal von Einzelpersonen und Mitgliedsbeiträgen. AfD bekommt relativ selten welche, ist wahrscheinlich auch scheiße fürs Image, aber ja, schon interessant zu sehen. Kann jetzt natürlich sein, dass man einer Partei einfach Geld gibt, weil man gut findet, wofür die sich in der Vergangenheit eingesetzt haben und weil man deren Wahlprogramm so toll findet. Kann aber auch sein, dass bald über ein bestimmtes Gesetz abgestimmt wird, was für einen von Vorteil oder von Nachteil sein könnte und man dann sagt, ey, wisst ihr noch, ich bin der Typ, der euch 100.000 gegeben hat oder vielleicht sogar 200.000 oder noch mehr. Wollt ihr nicht die eine Passage da so ein bisschen, ne, ihr wisst schon, könnt ihr die eine vielleicht raus, könnt ihr das nicht nochmal umformulieren. Hat so ein bisschen komischen Beigeschmack, oder? Also, man sieht auch bei CDU-CSU-Parteitagen zum Beispiel solche Wände hier stehen, wo dann verschiedene Firmen draufstehen, die ganz nett waren und zufälligerweise vorher so ein bisschen Geld rübergeschoben haben und die erwarten natürlich gar nichts im Gegenzug dazu. Wenn es zum Beispiel um Energiewende geht, dann die ganzen Autofirmen und Energiekonzerne, die erwarten natürlich überhaupt nichts im Gegenzug, ne? Zwinker, Zwinker. Obwohl wir erst September haben, ist dieses Jahr auch schon ein Rekordjahr, was Großspenden angeht. Schon über 8 Millionen sind eingegangen. Und das sind einfach Spenden von Firmen, die die Parteien ganz gut finden, ne? Also, ohne große Hintergedanken wahrscheinlich. Es soll angeblich auch schon vorgekommen sein, dass Lobbyisten mit fertigen Gesetzestexten vorbeikommen und dann, ne, noch ein, vielleicht einen schicken Blumenstrauß und einen Geldkoffer dazu tun und dann sagen, wäre ganz gut, wenn eure Partei, ne, hier diesen Text, wenn ihr den mal so, könnt ihr den vielleicht mal so weiterreichen, vielleicht könnt ihr, wäre doch eine ganz coole Forderung, oder? Ja, also, ähm, die Spenden, die gibt's, die gibt's so mit dazu. Aber, ne, ihr könnt, ihr könnt diesen Text ja mal. Es gibt ein Lobbyregister bald, vielleicht, ist noch nicht da. Ähm, und es gibt ein paar Parteien, die das auch ganz gut fanden. Zwei Parteien, beziehungsweise drei, wenn man CDU, CSU als zwei sieht, nicht so. Ich frag mich, warum ausgerechnet die? Hm. Inzwischen weiß man auch, wie viele Lobbyisten es in Berlin gibt. Zumindest gibt's welche, die so einen Ausweis bekommen, dass sie damit in den Bundestag reinkommen. Und es sind mehr als Bundestagspolitiker. Es gibt in Berlin mehr Lobbyisten als Politiker. Also, Bundestagspolitiker. Puh, äh, scheint prima zu funktionieren, diese Demokratie hier, oder? Für die SPD gibt's sogar eine eigene Agentur, bei der man Treffen buchen kann mit den Politikern. Da kann man dann zu einem netten Abendessen mit Heiko Maas oder mit Andrea Nahles und Co. gehen. Und es kostet dann halt ein paar tausend Euro Aufwandsentschädigung. Aber, ne, man, ja, ich meine, die haben ja auch viel zu tun. Und wenn man so einen Abend mit denen haben möchte, dann, ne, dann kostet das halt ohne Hintergedanken. Völlig ohne Hintergedanken. Wobei die SPD da anscheinend ja nicht so krass aufgefallen ist wie die CDU. Aber, äh, warum habt ihr eine Agentur, wo man für ein paar tausend Euro eure Minister buchen kann? Es kommt ein bisschen komisch rüber, oder? Apropos Minister und Abendessen. Da gibt's einen, der ist da ganz besonders aufgefallen. Wisst ihr noch im Lockdown, als dieser nette Gesundheitsminister uns immer gesagt hat, dass wir doch bitte die Kontakte beschränken und besser zu Hause bleiben sollen. Nicht mit so vielen fremden Leuten treffen sollen. Gleichzeitig hat er sich zum Dinner mit mehreren Lobbyisten getroffen und war danach dann selber Corona-positiv. Hm. Sass. Aber war sicher wichtig, die zu treffen. Da kann man ja schon mal so eine kleine Ausnahme machen. Die sollten ihm nämlich jeweils 9.999 Euro für seinen Wahlkampf spenden. Kleiner Spaßfakt am Rande. Ab 10.000 Euro Spende hätte er sagen müssen, mit wem er sich da getroffen hat und wer ihm da gespendet hat. Aber war ja 1 Euro weniger. Deswegen muss er das auch bis heute niemandem erzählen, wen er da getroffen hat. Und was geht das schon die Bürger an, wo da die Gelder geflossen sind? Also geht uns ja quasi nichts an, von wem sich unsere Regierung kaufen lässt, oder? Von dem hier habt ihr sicher mitbekommen, dem jungen Shootingstar der CDU, der gleichzeitig anscheinend 20 und 70 ist. Haha, alter Gag, aber ist auch ein treffender Gag, ne? Aber der hat jedenfalls auch sich eine schöne Reise spendieren lassen. Mehrmals von Augustus Intelligence, die man nicht so genau kennt. Die machen irgendwas mit Computern, irgendwas mit AI, aber so genau was die machen, weiß man dann irgendwie auch nicht. Aber der hat auch einfach nur halt einen netten Urlaub gemacht, ne? Ohne Hintergedanken, hat halt so ein paar Aktienoptionen bekommen. Ja gut, was man halt so mal bekommt, ne? Aber er hat im Interview mit der Welt gesagt, dass er nicht käuflich ist. Nachdem er diese Luxusreisen gemacht hat. Also, ne? Er sagt im Grunde... Ich bin nicht derjenige. Das war jetzt auch nicht der Einzige. Nach seinem kleinen Shitstorm hat er da noch eine Nebentätigkeit aufgegeben. Völlig zufällig. Ich fand's jetzt auch nicht so glaubhaft, aber auch ein bisschen seltsam, dass es bei dem so aufgebauscht wurde, weil das wirklich kein Einzelfall ist. Vielleicht wollte er auch einfach nur von den anderen CDUler akzeptiert werden und dachte, hey, wenn das hier gang und gäbe ist, dann mach ich das halt auch. Wurde dann durch die Medien getrieben, aber es ist nicht so, als wäre das bei ihm ein Einzelfall. Das sind wirklich viele bei denen. Amthors großes Vorbild Friedrich Merz zum Beispiel, der braucht aber nicht wirklich irgendwelche Spenden von Firmen. Der weiß schon selber, wie man sich Geld auf dubiose Weise unter Nagel reißen kann. Ähnlich so wie seine SPD-Version Olaf Scholz. Das ist wirklich erschreckend, wie viele Parallelen die beiden haben. Wie gesagt, es ist nicht direkt CDU, aber come on, also mit sozial oder demokratisch hat das jetzt nicht mehr so viel zu tun. Der Typ könnte wirklich genau so in der CDU sitzen. Große Koalition, Leute. Yeah. Und bald vielleicht unser Bundeskanzler. Yeah, ich freue mich. Super Typ. Wisst ihr noch, letztes Jahr, da gab es bundesweit Fahndungsplakate nach diesem Mann hier, Jan Marsalek von Wirecard. War so eine relativ junge Firma, die aber sehr erfolgreich war. Hat auch wie Augustus irgendwas mit Technik gemacht, was man nicht so ganz verstanden hat. Aber cool und hip und neu und ach, die wissen das schon. Und ja, war dann halt eine Betrugsmasche in Milliardenhöhe. Ups. Und wer hätte das denn schon mitbekommen können, dass da so eine Firma in Milliardenhöhe einfach eine Betrugsmasche führt und Geld verschwindet? Der Finanzminister vielleicht? Der kannte die Täter auch vorher schon. Hm. Scholz-Kollege Guttenberg und Merz, die kannten den anscheinend auch. Die hatten da auch ihre Finger im Spiel, aber die haben das leider alles nicht mitbekommen. Und die wussten das einfach alle nicht. Auch bei Merz und Scholz gab es diese tollen Cum-Ex-Geschäfte. Das genau zu erklären würde jetzt zu lange dauern. Das ist ein bisschen kompliziert und das ist auch absichtlich kompliziert, damit die Finanzbehörden das nicht so ganz kapieren und nicht so schnell hinterherkommen. Aber da wird auch eine Menge Geld weggemogelt und es ist jetzt nicht so ganz legal. Es ist eine ganze Menge Steuergeld verschwunden. Ungefähr so viel, wie durch die Flutkatastrophe angerichtet wurde. Cool, Friedrich Merz. Cool, Olaf Scholz. Das sind wirklich tolle Leute. Man sieht es ja immer, wie Leute über Arbeitslose oder Flüchtlinge mekern und sagen, von meinen Steuern? Wie viele Steuern soll man denn bitte an diese Leute geben, dass man mit denen mithalten kann? Die klauen ja alleine so viel wie... Ja, ich weiß gar nicht, ob man es ausrechnen kann, aber das ist als Normalsterblicher wahrscheinlich gar nicht möglich, so viel Steuergelder einfach unbemerkt verschwinden zu lassen. Es sieht halt echt so aus, als wäre Scholz Friedrich Merz ähnlicher als dem Rest seiner SPD und das kommt nicht von ungefähr. Es gab nämlich intern auch einige Leute, die den überhaupt nicht als Kanzler haben wollten. Also Leute wollten Olaf Scholz verhindern in der Partei und haben sozusagen Leute gewählt, von denen sie gar nicht wussten, was sie denn bringen, nur um Olaf Scholz zu verhindern. Und ausgerechnet die beiden rufen dann Olaf Scholz aus. Und das war für mich dann das letzte Fanal, weil ich weiß, wie der Politik macht, ich weiß, wer dahinter steht und ich weiß auch, wie er regieren wird. Und das wäre nochmal ein Grund auszutreten, als Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten erklärt wurde, übrigens ohne, dass er gewählt wurde auf dem Parteitag. Ich finde ja immer, eigentlich soll die Partei das entscheiden und nicht irgendwie zwei Vorsitzende. Das hat jetzt nicht viel mit Lobbyismus zu tun, aber ein weiteres Highlight von Olaf Scholz war G20 in Hamburg. Man hätte ja dieses internationale Treffen vieler hochrangiger Politiker auch in irgendeiner Militärbasis oder so machen können oder in irgendeinem kleinen Kaff, wo jetzt nicht so viel passieren kann. Aber nein, nein, Olaf Scholz meinte, hey, das kann man doch genau hier in Hamburg machen. Was soll schon passieren? Ein Zitat von ihm war, die Bürger werden von G20 nicht so viel mitbekommen. Well, ähm, ich glaube, sie haben schon so ein bisschen was davon mitbekommen. Olaf Scholz war auch mit dafür verantwortlich, dass Brechmittel eingesetzt wurden bei Drogendealern, falls die irgendwelche Drogen runtergeschluckt haben, damit die die wieder hochkotzen. War sehr umstritten, weil es ziemlich gefährlich sein kann und das auch jetzt nicht so eine schöne Art ist, Leuten gegen ihren Willen Brechmittel zu injizieren. Und tatsächlich ist dann ein Junge daran sogar gestorben. Andere Bundesländer haben daraufhin aufgehört, das zu machen. In Hamburg lief das weiter. Zu der Zeit war Olaf Scholz Bürgermeister in Hamburg. Und ja, well, ähm, bisschen unangenehm, oder? Wenn man ein Gesetz durchbringt, was schon vorher umstritten war, wo dann tatsächlich jemand dran stirbt und man dann sagt, ja, ähm, wir machen das jetzt trotzdem weiter. Sympathisch. Bei der Tamponsteuer hat Olaf auch ganz schön geglänzt. Da hat er nämlich den Steuersatz mitunter gesenkt und hat sich damit gebrüstet, wie sehr er sich jetzt für die Frauen einsetzt. Habe ich ein eigenes Video zugemacht. Verlinke ich euch hier. Das deutsche Steuersystem, was mit 7 und was mit 19 Prozent besteuert wird, ist generell kompletter Humbug. Also da ist so viel Blödsinn dabei. Und gut, da waren auch Tampons mit dabei. Wurde dann als sexistisch bezeichnet. Und symbolisch hat dann Scholz gesagt, ja, ja, liebe Frauen, ich mach das für euch. Ob das jetzt so viel gebracht hat und welchen Sinn das hat, dass die anderen Sachen teilweise wie Saft oder Klopapier bei 19 Prozent sind und der ganze andere Blödsinn. Wie gesagt, eigenes Video. Wenn euch das interessiert, guckt das. Apropos Steuern. Es ist ja hinreichend bekannt, dass es in Europa Firmen gibt, die sich zum Beispiel in Irland ansetzen, um ein bisschen weniger Steuern zu bezahlen, als wenn sie jetzt in einem anderen Land wären. Da hat unter anderem Olaf Scholz große Töne gespuckt, dass er das jetzt angehen möchte, hat dann aber gleichzeitig in der Praxis dafür gesorgt, dass es eher langsamer vorangeht. Daraufhin wurde er auch von ARD Monitor zum Beispiel daraufhin angesprochen und hat eine wirklich grandiose Roboterantwort gegeben. Warum blockieren Sie da die Wahlversprechen Ihrer eigenen Partei? Ich habe das Wahlprogramm der SPD mitbeschlossen. Das ist die Faktenlage, nicht Ihre Frage. Meine Antwort. Das heißt also, die SPD hat dann etwas versprochen, was ursprünglich gar nicht beabsichtigt war, umzusetzen? Es gilt das Programm, das wir beschlossen haben. Und das haben wir beschlossen, weil wir das richtig finden. Ich glaube, der Mann ist ein Oblivion-NPC oder sowas. Holy fuck, könnt ihr bitte in Zukunft bei Kanzlerkandidaten vorher irgendeine Capture-Abfrage reinmachen, dann wäre der uns wahrscheinlich erspart geblieben und wir hätten wen anders bekommen. Wie kann man so ein Roboter sein? Unglaublich. Zurück zur CDU. Kennt noch jemand die CDU-Spendengelder-Affäre? Gut, ist 90er bis frühe 2000er, ist ein bisschen her, war noch zu D-Mark-Zeiten, aber da war das auch schon so, dass aus der Wirtschaft große Geldmengen in die CDU gegangen sind, daraufhin einige Leute auch zurückgetreten sind. Zum Beispiel Helmut Kohl war danach dann kein Ehrenmitglied mehr, hat jetzt immer noch irgendwelche Büsten und Straßen und Plätze nach ihm benannt, weil es ja der Kanzler der Einheit gewesen ist und halt ein Verbrecher, aber naja, der Kanzler der Einheit. Und Wolfgang Schäuble war auch mit dabei, ist danach noch Finanzminister geworden und Innenminister, also Chef der Polizei, was man halt so macht mit jemandem, der zufällig irgendwelche Gelder bekommt, wo er auch nicht genau weiß, warum und wo die herkommen, von einem Waffenlobbyisten zum Beispiel, aber völlig uneigennützig halt. Wow, ähm, ja, das Erbe der Partei geht wohl schon ein paar Jahre zurück, ne, ist jetzt, ist jetzt, wie gesagt, keine neue Sache, die machen das schon echt, echt ganz schön lange. Cool, ähm, gibt trotzdem Leute, die die guten Gewissens wählen können, warum auch immer. Wenn eh irgendwelche Firmen und irgendwelche Wirtschaftsleute die Politik machen oder irgendwelche Lobbyisten, warum ist es dann überhaupt noch wichtig, wer unser Bundeskanzler ist? Wir haben jetzt diese drei Pappnasen hier, aber in Alaska zum Beispiel gab es einen kleinen Ort, der 20 Jahre lang eine kleine Katze als Bürgermeister hatte. Können wir das nicht auch einfach machen? Ich meine, das wird eh irgendwie von Beratern gemacht und bla bla bla, dann, äh, es sieht immerhin niedlich aus, oder? Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Baerbeck, Scholz oder Laschet oder einer kleinen süßen Katze, ich würde das Kätzchen wählen. Weiter weg vom normalen Bürger als die drei ist die wahrscheinlich auch nicht. Wenn ihr diese Leute da im Bundestag am Rednerpult seht, habt ihr da das Gefühl, dass das jemand aus dem Volk ist oder dass der noch eine Verbindung zum kleinen Mann hat? Also ich schon, es ist ja schließlich, ist ja auch nur die Mittelschicht und nicht die Oberschicht, oder? Eine Million. Und zwar in Euro und Brutto. So viel verdient Friedrich Merz im Jahr. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz bezeichnete sich als Teil der gehobenen Mittelschicht in Deutschland. Jedes Jahr eine Million. Mitte der Gesellschaft. Ich meine, wer von euch schafft das nicht? So viel kriegt man nicht mal als Intendant der Öffentlich-Rechtlichen. Da brauchen die schon zwei, drei Jahre für. Das Video, wo ich das herhabe, ist von 2018. Vielleicht sind es inzwischen ein paar mehr Leute, die eine Million im Jahr machen. Aber damals waren es 0,023 Prozent. Mittelschicht halt, ne? 0,02, 3 Prozent. Das ist ja schon die Mitte. Ist ja nicht ganz oben, ne? Kurz darauf wurde der Friedrich Merz der SPD was ähnliches gefragt und hat folgende grandiose Antwort. Ich verdiene ganz gut. Als reich würde ich mich nicht empfinden. Obere Mittelschicht. Nein, so viel Geld wie derjenige, der das für sich qualifiziert hat, verdiene ich nicht und habe ich auch nicht als Vermögen. Kollege Friedrich macht ein bisschen mehr. Ich meine, Scholz hängt auch bei Cum-Ex und bei Warburg Bank und bei Wirecard und Co. mit drin. Aber so viel wie Merz verdient er nicht. Gerade so nicht so viel vielleicht. Aber ist er auf jeden Fall nicht reich. Ist wahrscheinlich Multimillionär, aber das ist ja nicht reich, ne? Ähnlich sympathische Aussagen hat Jens Spahn getätigt. Zum Beispiel, Niemand müsste hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe oder dass Hartz IV nicht gleich Armut bedeutet. Cool. Das aus dem Mund von jemandem, der bekanntermaßen in einer Villa für mehrere Millionen Euro wohnt. Ja, ähm, die scheiß Harzer sollen sich mal nicht so anstellen. Ist ja keine Armut, wo die leben. Ist ja, ne? Die haben doch genug. Ist doch in Ordnung. Dieser Disconnect zwischen armen und reichen Leuten ist aber auch mein Hauptproblem mit den Grünen. Zu viel Flugverkehr? Flüge müssen teurer werden. Leute essen zu viel Fleisch? Fleisch muss teurer werden. Leute fahren zu viel Auto? Benzin muss teurer werden. Und das wird dann jedes Mal nur die Leute treffen, die nicht so viel Geld haben. Leute wie Scholz wissen nicht mal mehr, was Benzin kostet. Aber wissen Sie ungefähr, wo der Benzinpreis hier in Berlin... nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind, weil ich ja nicht jeden Tag darauf gucke. Und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen. Deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten... die also ganz genau bei jedem Preis hingucken. Ja, ich weiß, Quelle, Bild, aber kann ich ja auch nichts für, dass Scholz gerne Interviews bei diesem absolut dämlichen Drecksblatt gibt. Aber daran sieht man eigentlich ganz gut, dass es einem Multimillionär wirklich ziemlich egal sein kann, ob der Liter Benzin jetzt 1,50 Euro oder 10,50 Euro kostet. Das ist wirklich da nicht mehr so ein großer Unterschied, weil es für die Peanuts sind. Für arme Leute, die darauf angewiesen sind, ist es allerdings schon ziemlich scheiße. Warum muss denn sowas immer auf den Rücken der armen Leute passieren? Ich verstehe den Ansatz, aber gäbe es da nicht vielleicht eine andere Lösung? Wenn man in einer Villa für mehrere Millionen Euro seinen Lockdown verbringen muss, ist das vermutlich auch ganz angenehm. Aber wenn dein Zimmer so groß wie eine Gefängniszelle ist, vermutlich nicht so ganz. Ich weiß nicht mal, ob die Leute sich dessen bewusst sind, aber das bekommt man wahrscheinlich einfach, wenn man die Parlamente mit Leuten füllt, die üppige Abgeordnetengehälter bekommen, dazu noch Lobby-Einnahmen und mehrere Nebeneinkünfte haben. Toll, Gesundheit. Ich habe absolut keinen Bock, schon wieder über Corona zu reden. Da hat die Regierung sich jetzt nicht so perfekt verhalten. Kommt vielleicht noch ein bisschen dran, aber guckt einfach Influencer vs. Influencer 3 und 5. Da geht es ein bisschen ausführlicher darum. Im dritten Teil hatte ich ja auch darüber gesprochen, dass durch Lockdowns psychische Probleme so ein bisschen zunehmen könnten, wenn man sich isoliert von anderen Leuten und etc., etc. Dazu ist noch etwas anderes Interessantes passiert, und zwar Rasterpsychotherapie. Das hat Jens Spahn veranlassen wollen, und zwar, dass man in Raster gesteckt wird, je nach Krankheit, wo dann sortiert wird, wie viele Therapiestunden man braucht, bis man austherapiert wird, und mit wie vielen Psychologen man reden muss, bis man die Therapie überhaupt anfangen kann. Ist jetzt, je nachdem, was man hat, unterschiedlich schlimm, aber wenn man zum Beispiel so ein Trauma hat und es einem schwerfällt, drüber zu reden, ist das schon nicht so geil, weil man das ganz vielen Leuten erzählen muss, und dann nochmal eine Instanz und nochmal, und dann muss man jedes Mal wieder irgendwelchen wildfremden Leuten von seinem Traumata erzählen. Ja, tolle Idee. Und bei Depressionen oder anderen schweren psychischen Krankheiten Leuten einfach zu sagen, so, die Therapiestunden sind jetzt vorbei, du bist jetzt austherapiert. Ich finde, das sollte doch lieber der Therapeut entscheiden, als irgendein Raster, was von Jens Spahn rauskommt. Gab auch einen ordentlichen Shitstorm und Petitionen, und ausnahmsweise scheint es was gebracht zu haben. Bei so Sachen wie Artikel 13 gab es ja auch Petitionen, und das war dann irgendwie nicht so wichtig. Hier anscheinend schon, wurde jetzt gerade so verhindert, aber zeigt ja doch, was für ein Kerl das ist, wenn der solche tollen Ideen vorträgt. Schon vor der Pandemie waren Pflegerinnen und Pfleger massiv überbelastet und unterbezahlt und mussten unter schlechten Bedingungen zu schlechten Arbeitszeiten wirklich schwierige Aufgaben leisten. Jens Spahn hatte allerdings eine grandiose Lösung dafür, und zwar, wenn von einer Million Pflegekräften 100.000 nur 3-4 Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Tolle Lösung, Jens. Wow, man könnte ihnen vielleicht auch bessere Arbeitsbedingungen oder eine bessere Bezahlung anbieten, dann hätten die vielleicht auch Bock dazu, 3-4 Stunden mehr pro Woche zu arbeiten, oder vielleicht wären es dann auch einfach mehr Leute, und dann, ne, aber, ja, man kann auch einfach sagen, jetzt habt euch nicht so hier an die Arbeit, Leute. Los, los, Sklaven, macht schon. Danke, Jens. Spahn hat noch mehr sympathische Aktionen gemacht, zum Beispiel zum Thema Sterbehilfe. Das wurde schon vor längerer Zeit vom Bundesverfassungsgericht, dem höchsten Gericht, was wir in diesem Land haben, erlaubt, aber Jens Spahn weigert sich, das durchzusetzen. Auch schon relativ lange. Der älteste Artikel, den ich dazu gefunden habe, ist von März 2020, und es scheint sich bis heute nicht viel geändert zu haben. Es gab ein halbes Jahr später noch Artikel, dann wieder von 2021, nochmal wieder Artikel. Es gibt halt Leute, die leben wirklich ein so jämmerliches Leben, dass sie selber sagen, dass sie es nicht mehr haben wollen, zum Beispiel, wenn sie kopfabwärts gelähmt sind und wirklich sagen, jeder Tag ist eine Qual, ich will das nicht mehr. Die wollen einfach nur noch raus und Spahn sagt, kannst ja noch ein bisschen weiter im Bett liegen. Pech gehabt. Ja, ist jetzt blöd für dich, aber das geht leider nicht. Das Bundesverfassungsgericht sagt zwar ja, aber ich gönne dir das nicht. Nee, 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 nee. Das Leben ist sehr wertvoll und schön in deinem Bett, wo du dich nicht bewegen kannst. Wunderbar. Dankeschön. Okay, man kommt nicht drum rum, zum Schluss doch ein bisschen Corona und Masken. Und zwar hat Spahn im Januar 2020 gesagt, ein Mundschutz ist nicht notwendig, weil der Virus gar nicht über Atem übertragbar ist. Und noch im Februar und März wurden Masken ins Ausland exportiert. Im April gab es dann Maskenpflicht. Cool. Und die waren dann weg. Ich erinnere mich noch dran, wie ich im Supermarkt stand und neben mir war jemand, der aus einem Krankenhaus kam und der weder Desinfektionsmittel noch Masken da gefunden hat und meinte, bei uns im Krankenhaus werden die Dinger knapp. Wir haben jetzt fast keine mehr, auch für andere Sachen, weil irgendwelche Leute die gehamstert haben. Aber ja, wow, es waren ja anscheinend genug da. Man hat die dann weg exportiert, gemeint, bringt eh nichts, braucht man nicht. Da gab es auch schon einige Experten, die gesagt haben, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, sowas auf Reserve zu haben und dass man das vielleicht doch braucht. aber wäre vielleicht gut, wenn das ein Mediziner gewesen wäre. Ah, Bank. Ja, gut, gut. Mundschutz ist unsinnig. Gut, es ist aus dem Januar, aber rückwirkend betrachtet, erst sagen, man braucht die Dinger nicht, dann sind sie plötzlich Pflicht, dann sollen sich das alle Leute selber kaufen. Ist auch wieder dieser Disconnect zwischen Arm und Reich, dass man einfach Leuten sagt, so, ihr müsst das jetzt haben, ihr müsst euch die selber kaufen und kosten jetzt nicht so viel, aber wenn man sich ständig neue holen soll, ein Weg, ne, geht bei manchen Leuten, die wenig haben, schon ein bisschen ins Geld, könnte man statt die zu exportieren, so ein bisschen verteilen. Ach, der hat die ja sogar verteilt. Ähm, an Obdachlose zum Beispiel oder Behinderte, aber halt welche, die kaputt sind. Wow, Spahn, zweitklassige Masken für zweitklassige Menschen oder wie? Die kaputten Masken, ja, die müssen wir nicht wegschmeißen. Die bieten zwar keinen ausreichenden Schutz, aber dann geben wir das halt so Obdachlosen oder so, wenn die krank werden, ne? Ist ja, ist ja nicht so schlimm. Wow, das ist wirklich sehr sozial. Was für ein großartiger Minister. Puh, das war jetzt ein bisschen viel Negativität, aber da hat sich schon was angestaut. Über die letzten Jahre gab es halt eine Menge Sachen, die nicht so toll gelaufen sind. Das sagt sogar Armin. Ich sage, dieses Land ist in diesem Zustand. Genau. Kein guter Zustand. Und das haben wir durch die Pandemie in keinem guten Zustand. So. Und da wird eine Menge veränderungsbedarf. Was hat denn jetzt 16 Jahre regiert? Das hat doch damit nichts zu tun. Doch. Nein. Doch. Nein, 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 nein. Nichts? Das hat damit auch zu tun. Ja doch. Gut, dass wir es auf. Ja. Congratulations, you played yourself. Rückfragen zum aktuellen Rezo-Video hat Armin übrigens ebenfalls großartig beantwortet. Haben Sie das schon angeguckt? Nein. Warum nicht? Ja, ich habe, wenn ich alle Videos anschaue, die jetzt irgendwer macht, dann hätte ich viel zu tun. Ich habe die Thesen gelesen, die er hat, die sind wie immer falsch und Stück für Stück kann man die dann widersprechen und erklären, warum er nicht richtig liegt. Ja, ich habe das nicht geguckt, aber es ist wie immer falsch. Das, was ich nicht geguckt habe, das ist falsch, das weiß ich. Logikmeister, big brain, Laschet, cool. Der wirbt ja jetzt auch gerade damit, dass er es anpacken und verändern möchte, aber wenn man jetzt eine alte pummelige christliche Spießerin durch einen alten pummeligen christlichen Spießer ersetzt, glaubt ihr wirklich, dass sich dann irgendwas groß ändern wird? Die sind ja sogar in der gleichen Partei, ein Teil vom Kabinett wird vermutlich gleich oder ähnlich bleiben. Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Stillstand kann aber auch eine Stärke sein, was man beim aktuellen Wahlkampf von Scholz sieht. Grüne und CDU haben sich in den letzten Monaten die Köpfe eingehauen mit Vorwürfen wie Du hast dein Buch nicht selber geschrieben. Du aber auch nicht. Du hast bei deinem Lebenslauf gemogelt. Du hast Klausuren verbummelt und dir dann die Noten einfach ausgedacht. Du willst den Leuten das Autofahren verbieten. Aber ihr verbietet den Leuten Weed zu smoken und habt den Homosexuellen jahrelang verboten zu heiraten. Mein Vater war Bergmann. Während Scholz jetzt plötzlich Favorit ist, weil er einfach nichts gemacht hat. Also er hat nicht nichts gemacht. Er war in einigen Finanzskandalen verwickelt. Hat bei seinem Buch und bei mehreren Reden vielleicht auch gemogelt. Gibt es auch gerade Plagiatsvorwürfe. Hat unter anderem mit dafür gesorgt, dass so ein Junge gestorben ist. Aber was man halt so macht. Und wenn zwei sich streiten, dann freut sich am Ende der Scholz um Art. Armin Laschet tut mir persönlich auch irgendwie ein bisschen leid aktuell. Ich meine, der wird zwar vielleicht einer der mächtigsten Leute im Land, aber auch nur, weil er übrig geblieben ist. Weil alle anderen wie Merz, AKK, Spahn und so irgendeine Scheiße gebaut haben und man die nicht mehr als Kanzlerkandidaten wollte. Nicht, weil man genau den Typen unbedingt wollte, sondern weil er irgendwie mehr oder weniger übrig geblieben ist. Also manchmal, da gibt es einen Mann, das ist der richtige Mann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Der passt genau dahin. Ja, und bei ihm ist halt genau das eben nicht der Fall. Aber das zieht sich anscheinend auch schon etwas länger durch sein Leben. Wir haben beide immer nach rechts und links geguckt. So ist es nicht. Frau Laschet, das lassen wir jetzt immer mal so stehen. Nee, nee, aber wir haben nichts Besseres gefunden beide. Es ist halt so. Das darf man ja durchaus auch sagen. Stellt euch mal vor, eure Frau sitzt im Fernsehstudio vor einem großen Publikum und sagt, ja, ich habe halt diesen Typen geheiratet, aber ganz ehrlich, eigentlich wollte ich den nicht. Ich habe halt keinen besseren gefunden. Naja, habe ich halt den genommen. Unangenehm. Der gute Armin hat jetzt nicht unbedingt diesen kaltherzigen Mr. Burns-Vibe wie ein Friedrich Merz oder ein Jens Spahn, sondern eher wie so ein netter Kerl, aber auch irgendwie wie ein ziemlicher Trottel, so ein bisschen wie CDUs reiner Brüderle. Aber man will ja einem absoluten Trottel auch nicht unbedingt das Zepter übergeben. Und wenn man sich den mal ein bisschen genauer anschaut, ist der auch gar nicht so ohne. Außerdem war sein Vater Bergmann. Generell scheint das bei der CDU-Konzept zu sein, dass man einfach die ganze Zeit stehen bleibt und gar nichts macht. Aber wenn dann sowas wie Ehe für alle, Atomausstieg, Mindestlohn oder sowas einfach unausweichlich ist und man sich dann doch dem Druck beugen muss, obwohl man Widerstand geleistet hat, trotzdem sagt man dann hinterher, ja, diese großartigen Neuerungen sind während unserer Zeit hier passiert. Das haben wir gemacht. Dankeschön. Das ist, ah, fuck, Alter. Das kommt einfach immer durch Koalitionspartner oder Opposition durch. Und dann sagt die CDU hinterher, äh, guckt mal dieses Fähnchen hier. Wir waren das. Wenigstens beschäftigt sich die Bayern-CDU mit den wirklich wichtigen Themen unserer Zeit, wie zum Beispiel Rauchverbot in Shisha-Bars. Ja, kein Scheiß. Ernsthaft. Angela Merkel, du Fresse. Mama Shisha. Ich rauch die nicht auf Lunge. Ich selbst bin schon immer Nichtraucher, also nicht mal nicht auf Lunge, sondern gar nicht. Aber wenn Leute sogar extra in dafür vorgesehene Lokale gehen und mich damit dann nicht belästigen, sondern in ihrem eigenen Raum sitzen, nur mit Leuten, die da Bock drauf haben, meine Güte, dann lass die das halt machen. Wie sinnlos. Digitalisierung, Leute. Da hat Deutschland ja eine glänzende Figur gemacht in den letzten Jahren. Es gibt andauernd neue Statistiken. Ich weiß nicht, welche ich euch jetzt gerade einblenden soll. Das erneuert sich andauernd. Ist ja auch eine schnelllebige Zeit. Und was Internetgeschwindigkeit, Netzabdeckung und so weiter angeht. Aber Deutschland ist nie wirklich oben mit dabei. Und das ist eigentlich schon ziemlich peinlich für so eine große Industrienation. Außerdem, wenn man ein mobiles Internet haben will, die Preise sind unverschämt hoch verglichen mit anderen Ländern. Da sind nur so Länder wie die Schweiz oder Griechenland teurer, warum auch immer. Aber ne, also europaweit ist das, es ist schon ein ziemliches Armutszeugnis. Könnte damit zu tun haben, dass Firmen wie Vodafone, Kabel Deutschland oder Telekom mehr oder weniger Monopolstellungen haben, weil man die staatlich subventioniert hat, die dann die Netze hatten. Und dann ist es plötzlich doch eine private Firma, die die Netze haben. Und dann kann man ja Konkurrenz machen, wenn die eine Firma schon die Netze hat und die andere nicht. Das regelt dann der Markt nicht. In einigen Schulen stehen immer noch Overhead-Projektoren rum. In einigen Behörden gibt es immer noch Faxgeräte. Also come on, das ist schon ein bisschen peinlich. Deutschland hat die letzten Jahre einfach komplett gepennt. In anderen Ländern wie Istland zum Beispiel kann man schon online wählen oder sich ummelden. In Deutschland wäre das leider viel zu gefährlich. Also man kann ja seine Steuererklärung und Online-Banking und so machen. Das ist nicht zu gefährlich. Aber eine Wahl oder Bürgeramt, das ist gefährlich. Das können wir nicht machen. Was allerdings möglich ist, ist die Bonpflicht, die unter anderem auch von Olaf Scholz veranlasst wurde. Da wird jetzt in jeder Bäckerei, in jedem Kiosk, Dönerbude oder Getränkemarkt oder sonst wo der ganze Mülleimer mit bedrucktem Thermopapier geflutet. Das ist ja wirklich eine super tolle Neuerung. Die Begründung war, dass vorher vielleicht manchmal in diesen Filialen das ein oder andere Produkt vielleicht nicht abgescannt wurde und da Steuern hinterzogen würden. Von wie großen Mengen reden wir? Kommt das an deine Kumpels von Wirecard ran, Olaf? Man hätte sich auch erstmal eine andere tolle Möglichkeit ausdenken können, wie man das regeln kann, aber man kann auch einfach jeden einzelnen Bon ausdrucken, so wie ein CDUler seine E-Mails. Bon-Druckmaschine goes brrrr. Super toll, das ist ja wirklich großartig. Ich habe damals auch ein eigenes Video dazu gemacht. Link in den Quellen. Guckt euch einfach das an, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. Dieses Video ist gesponsert von NordVPN. Nee, Spaß. Ähm, Artikel 13, wisst ihr noch? Meine Güte, das war ja auch eine gigantische Shitshow. Das fängt damit an, dass die SPD und die CDU schon in ihrem gemeinsamen Koalitionsvertrag zur GroKo festgehalten hat, dass sie Upload-Filter als unverhältnismäßig ablehnen. Kurz danach Artikel 13 und alle Experten haben gesagt, dass man das eigentlich nicht ohne einen Filter machen kann. Ich meine, was ist überhaupt ein Filter? Das ist irgendeine Vorrichtung, die manche Sachen durchlässt und manche nicht. Sie wollen verhindern, dass manche Sachen hochgeladen werden können. Also, wie soll das ohne einen Filter gehen? Also ohne eine Vorrichtung, die manche Sachen nicht durchlässt? Ja, das konnte von der CDU auch keiner erklären, aber die haben teilweise sogar damit geworben, dass man sie wählen soll, damit dann keine Upload-Filter kommen, nachdem sie in die Wege geleitet haben, dass Artikel 13 bzw. 17 überhaupt erst angefangen hat. Wow, das muss man auch erstmal bringen. Die CDU und vor allem Axel Voss schienen sich ja nicht wirklich damit auszukennen, worüber sie da geredet haben. Axel hat sogar zwischenzeitlich sowas geredet, dass es bei Google eine eigene Kategorie für Memes gibt, weil er sich selber gegoogelt hat und in den Suchvorschlägen Memes gefunden hat. Ja, äh, alte Leute und Technik. Man munkelt das im EU-Parlament, besonders bei CDU und SPD auch einige alte Säcke sitzen. Die sind ja nicht unbedingt so fit mit Handy und Computer. In Hessen übrigens auch nicht. Da wurde ein Ortsvorstand gewählt von der NPD, weil von der CDU, SPD und FDP leider keiner den Computer benutzen konnte. Und dann haben sie halt den netten Herrn von der NPD nach vorne geschoben, falls man mal eine E-Mail verschicken muss, ne? Kann ja sein, dann wählt man halt gemeinsam so einen Nazi zum Chef, weil, ähm, der kann ja den Computer benutzen und die anderen leider nicht. Toll. Zurück zu Artikel 13, da gab es ja mehrere Abstimmungen, weil das immer wieder nochmal umgeschrieben und nochmal versucht wurde. Da war teilweise auch die SPD mit recht vielen Mitgliedern dafür, das so einzuführen. Dann, als sie den ganzen öffentlichen Druck mitbekommen haben, doch nicht mehr so ganz. Von der CDU hat nur ein einziger bei der finalen Abstimmung dagegen gestimmt, und zwar Herr Winkler. Es gab am Ende noch Gerüchte, dass er sich verfehlt hat. Das soll vorher auch schon vorgekommen sein bei anderen Abstimmungen, dass Abgeordnete hinterher gesagt haben, ach so, äh, ich hab, äh, ich hab da leider die Frage falsch verstanden und hab da, äh, ich wollte das andere eigentlich. Aber das war wohl Fake News. Am Ende hat er gesagt, dass er schon sich so entschieden hat, weil er das wollte. Es gab aber nach der finalen Abstimmung noch eine Möglichkeit, dass das doch nicht durchkommt, und zwar indem Justizministerin Katharina Barley von der SPD von ihrem Vetorecht gebraucht macht. Die hat dann auch eine Petition überreicht bekommen mit über 5 Millionen Unterschriften, hat die sich übergeben lassen, nett gelächelt und dann am Ende nix gemacht. Ähm, ja, SPD, danke. Ist jetzt jedenfalls beschlossene Sache und wird kommen. Wie umsetzbar das Ganze ist, wird sich dann zeigen, aber die Richtlinien zeigen einfach, dass die Leute, wie gesagt, absolut keine Ahnung von Technik haben. Eine Kilobyte-Begrenzung bei Bildern. Wow. Fortschrittlich. Das ist, das ist eine kluge Idee oder eine Zeichenbegrenzung bei Texten von 160 Zeichen. Das ist nicht mal ein Tweet. Man darf auch eigentlich zitieren oder im Sinne der Kunstfreiheit aus Kunst wieder neue Kunst machen. Da gibt es etliche Urteile. Es gibt zum Beispiel das Kalko-Verurteil für Satire. Man darf auch sonst vom Zitatrecht Gebrauch machen. Aber anscheinend gibt es da mächtige Lobbyisten aus TV und Print, die da ein Interesse dran haben. Und dann sagt man ja, eigentlich wäre das erlaubt, aber im Internet, der Geldkoffer, stellt den mal da hinten hin. Ja, das ist jetzt verboten im Internet. Da gilt das jetzt nicht mehr. Da herrschen jetzt andere Gesetze, die sind ein bisschen strenger als überall sonst. Deal with it. Wir sind halt schon über 60. Internet ist Verspielerei für junge Leute. Und fickt die Jugend, wählt CDU. An sich macht das Internet aber auch nicht vor Ländergrenzen halt. Ihr könnt zwar für die ganze EU irgendwelche absolut beschissenen Internetgesetze rausbringen, aber dann gehe ich halt einfach nur noch über NordVPN ins Internet. Link in der Beschreibung. Danke für das tolle Business-Modell, Axel. Es gab danach noch eine finale Schlussabstimmung im Bundestag, ob es denn in Deutschland in dieser Form kommen soll. Und die SPD war dann plötzlich doch einstimmig dafür und die Grünen haben es halt passieren lassen. Man kennt es ja. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Ein wunderbares Bild. Herzlichen Dank. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Schlussabstimmung mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD. Bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD, der FDP und der Fraktion Die Linke angenommen. Wo wir gerade bei großartigen Internetgesetzen waren, die Plattformen für das verantwortlich machen, was User auf den Plattformen veranstalten. Kurz vor Artikel 13 gab es doch schon das NetzDG, was auch immer noch gilt. Da hatte ich auch ein eigenes Video zu gemacht, werde ich hier auch verlinken, aber nochmal kurz zusammengefasst. Das war kein EU-weites Ding, das war so ein deutsches Ding und da ging es um Bekämpfung von Beleidigungen und Hasskriminalität im Internet. Wenn da etwas gemeldet wird auf einer Plattform und die Plattform unternimmt dann nichts, kann sie in die Haftung genommen werden und eine immens hohe Geldstrafe bekommen. Gab es auch vorher schon Bedenken, ob das so funktionieren wird, ob da vielleicht die Meinungsfreiheit darunter leidet, ob vielleicht Plattformen einfach alles löschen, was gemeldet wird oder zumindest vieles auch, was eigentlich nicht hätte gelöscht werden müssen, weil man halt Angst hat vor der hohen Strafe, falls es eventuell doch so laufen könnte. Das ist jetzt seit ein paar Jahren in Kraft und guess what? Es funktioniert nicht wirklich so richtig. Ich merke das bei Twitch manchmal. Ich will mir manchmal VODs von vergangenen Streams angucken und kriege dann so eine Meldung, dieser Premium-Inhalt ist in deiner Region nicht verfügbar. Habe ich kürzlich zum Beispiel bei Proletopia und bei KuchenTV mitbekommen. Kuchen hat ein Video von mir geguckt, ich wollte den Stream hinterher ansehen und es ging nicht, aber auch schon bei mehreren anderen. Ich stehe auch in Kontakt mit ein paar anderen Streamern und ich habe das von wirklich vielen gehört, auch von total harmlosen Leuten. Unter anderem auch, dass Leute ein Placement gemacht haben für eine App, wo sie dann als Template Max Mustermann erstmal drinstehen hatten und das wurde dann gemeldet unter dem Paragrafen Fälschung von Beweismitteln oder irgend so einem Quatsch und Beleidigung, Volksverhetzung, bla bla bla. Das kann man immer alles melden. Das wird dann nicht dafür angezeigt. Das geht gar nicht vor Gericht oder zur Polizei oder sowas. Das wird auch nicht geprüft, ob es wirklich das ist oder jemand nur glaubt, dass es das ist. Aber es wird dann erstmal einfach in Deutschland gesperrt. Wenn man wie ich zum Beispiel einen VPN hat, Link in der Beschreibung. Oh, danke für das Geschäftsmodell. Dann klicke ich einfach einmal, bin plötzlich ein Däne oder ein Holländer und kann das gucken, als wäre nichts gewesen. Das Internet macht an Ländergrenzen halt nicht halt. Super Idee. Generell ist der Ansatz, dass man bei einer Meldung erstmal vorsorglich bestraft, um bloß nicht in die Haftung genommen zu werden, aber im Grunde eigentlich nur im Zweifel für den Kläger und nicht für den Angeklagten. Cooles Rechtsverständnis. Ich verpetze jemanden und der wird dann erstmal bestraft und muss sich danach dann rechtfertigen, dass er nichts gemacht hat. Wenn man sowas wie Hasskriminalität im Internet hört, dann denkt man auch erstmal an üble Dinge, aber es geht hier jetzt nicht wirklich um Rufmordkampagnen oder Todeslisten oder so. Meistens geht es halt einfach um Beleidigungen. Wow, schlimm. Beleidigungen auf Social Media. Wenn man jetzt ein bisschen genauer hingucken würde bei sowas wie Adresslisten, die rumgereicht werden und Aufforderungen wie wann geht mal endlich einer da hin und macht den kalt, wie es dann bei Walter Lübcke zum Beispiel sogar umgesetzt wurde, könnte ich ja verstehen, dass man da ein bisschen genaueres Auge drauf wirft, aber Beleidigungen, come on. Kürzlich ist sowas ähnliches vorgefallen, nicht im Bundestag, sondern beim Hamburger Innensenator. Der wurde auf Twitter als Einspimmel bezeichnet und hat einfach getan, was getan werden musste. Dem Typen, der das geschrieben hat, sechs Beamte ins Haus geschickt, die dann seine Rechner beschlagnahmt haben, damit der bloß nicht nochmal sowas Gemeines macht. Wow, SPD-Innensenator Andi Grote, Du bist so ein guter Politiker, bitte keine Polizei. Erinnert ihr euch noch damals, kurz vor der Europawahl, Zerstörung der CDU von Rezo, wo dann Philipp Amthor erst reagieren wollte und dann doch nicht? Allerdings hat die damalige CDU-Spitzenfrau Annegret Kramp-Karrenbauer darauf reagiert mit folgender öffentlicher Aussage. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? War jetzt natürlich wie für Spitzenpolitiker üblich, so ein bisschen kryptisch ausgedrückt, was sie genau meint, aber es klingt so ein bisschen wie, na, darf der Junge das da überhaupt sagen, dass man uns nicht wählen soll? Welche Regeln gelten denn da eigentlich? Kann man da für den digitalen Raum vielleicht nicht mal, ne? Ihr wisst schon sagen, dass man sowas nicht machen darf? Wie sieht es denn aus mit politischen Kampagnen im Internet? Ach, wir stimmen für Merkel.de, wo mehrere Prominente dafür werben, dass sie Angela Merkel wählen. Hm, Regeln für den digitalen Raum also. Und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich? Wenn jemand sagt, dass wir doof sind, dann stellt sich natürlich die Frage, ob er das überhaupt machen darf. Aber wenn wir quasi das Gleiche machen, nur nicht mit einem Prominenten, sondern ganz, ganz vielen, die sagen, dass wir cool sind, ja dann, äh, das ist natürlich was anderes. Die Seite ist inzwischen leider offline, man kommt nur noch mit einer Wayback-Machine drauf. Die war schon damals so scheiße programmiert, dass die ewig lange geladen hat und man die Texte ewig lange nicht lesen konnte, aber CDU und Internet, ne? Aber wer unterstützt die CDU denn so? Oder beziehungsweise Merkel und warum? Ah, Heino, weil sie ein Segen für Deutschland ist. Thomas Anders, weil sie in unruhigen Zeiten Stärke vermittelt. Oder Lena Meyer-Landrut, weil sie nämlich auch ne Frau ist. Das sind ja tolle Gründe. Also da hatte Rezo ein bisschen bessere Gründe, die CDU nicht zu wählen. Bitte einschränken. Hey, noch mehr CDU und Internet, beziehungsweise Apps. Wisst ihr noch, in der Pandemie, wo gesagt wurde, dass man möglichst zu Hause bleiben und niemanden treffen soll, gleichzeitig gibt die CDU ne App raus, wo man Tür-zu-Tür-Wahlkampf machen und dafür Punkte sammeln kann. Das heißt, man lädt sich ne App runter, kommt dann in irgend so ein Highscore, war jetzt auch wieder nicht so toll programmiert. Man hat die Punkte auch bekommen, wenn man da einfach irgendwas eingetragen hat. Man konnte auch Artikel teilen, um Punkte zu kriegen. Mit den Punkten konnte man eigentlich nichts anfangen. Man ist halt nur in so einer Highscore-Liste aufgetaucht. Hat sich auch ewig lange nicht aktualisiert. Also ich hab's auch versucht. Ich bin dann da nicht aufgetaucht. Ich hatte zwar mehr Punkte als... Manchmal ist ja auch egal, jedenfalls großartige Idee. Da sollte man dann bei fremden Leuten an der Tür klingeln und sagen, wen man da angetroffen hat. Dann schreibt man da Name und Adresse und alles rein und sagt, ja, Thema war folgendes, worüber wir geredet haben. Der fand die CDU gut oder nicht so gut. Datenschutzrechtlich schon ziemlich bedenklich. Wurde dann auch von einer Chaos-Computer-Club-Hackerin mal so ein bisschen unter die Lupe genommen. Und die hat dann auch gefunden, dass man da relativ leicht reinkommen kann und die Daten auslesen kann. Wie man das bei Hackern normalerweise so macht, meldet man sich dann bei den Leuten, die die App rausgehen und sagen, ey, da sind eine Menge Sicherheitslücken. Ich kann euch zeigen, wie man die zumacht. Und wie hat die CDU reagiert? Ja, richtig, sie haben die Hackerin angezeigt. Cool, man hätte jetzt sagen können, oh, danke, dass du unsere App verbesserst. Ja, das werden wir jetzt zumachen. Oder man sagt, äh, hacken ist aber nicht okay. Hier kommt jetzt die Anzeige. Wow, bravo. Das ist wirklich eine tolle Lösung. Also einfach irgendwelche Daten von potenziellen Wählern in so eine Datenbank ballern lassen von anderen Wählern, die dann eventuell irgendwo durchs Netz geistern. Das ist okay. Aber wenn einer dich auf die Sicherheitslücke aufmerksam macht, das macht man nicht. Ja, so hat man es früher auch schon in Kriegen gemacht, den Überbringer der schlechten Nachricht erschossen. Unter dem Titel der App CDU Connect gibt es übrigens auch eine Internetseite, auf der die CDU grandios tolle Memes macht. Die wollen nämlich Memes und das Internet gar nicht kaputt machen oder zensieren, so wie alle denken. Nein, nein, die haben jetzt auch mitbekommen, dass das Internet tatsächlich so eine Sache bei jungen Leuten ist und dass man da vielleicht ein paar Wähler ergattern kann und verkünden jetzt selbst auf ihrer Internetseite quasi. Die meisten von euch werden vermutlich schon mal peinliche Boomer-Memes gesehen haben auf Instagram, Facebook oder sonst wo, aber das ist wirklich nochmal ein anderes Level. Ich meine, da steckt eine PR-Agentur von der CDU dahinter und dann laden die sowas hoch wie Wenn du dich in deinem Wahlprogramm für eine Meme-Kultur aussprichst, dann steht Tilman Kuban am Strand. Wenn das Meme-Kultur ist, dann kann die auch weg, ehrlich gesagt. Ich, bevor ich alle in den Tipkick-Runden abziehe. Für die sind Memes also halt einfach nur Fotos ihrer Abgeordneten mit einem Text drüber wie Guckt mal, wir sind cool. Memes leben eh davon, dass jeder da irgendwie mitmachen und basteln kann. Wenn da eine so eine dumme Agentur dahinter steht, dann ist es halt nicht mehr wirklich ein Meme, sondern einfach Werbung. So, hey, ich bin Julia Klöckner oder Tilman Kuban und ich bin wirklich cool und ich bin auch noch jung, ne? Von der jungen Union. Tilman Kuban. Jugendliche, ne? Also, mit Sonnenbrille und so. Das ist schon cool. Ähnlich cool und jugendlich war die CSU. Das haben vermutlich auch die meisten schon mitbekommen. Da gab es ein tolles Format namens CSU. Leider hat der Kanal der CSU im Bundestag Ende letzten Jahres ihre Abonnentenzahlen versteckt. Aber da waren sie ungefähr so bei 6.500. Ich glaube, es sind auch nicht so viel mehr geworden, wenn man sich die Aufrufzahlen anguckt. Ist jetzt nicht so ein großer Erfolg gewesen. Die erste Folge hat über eine Million Aufrufe, aber bei allen Videos sind die Bewertungen aus. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das nicht immer so war und dass das nicht so gut ankam. Es sind auch wirklich sehr viele Kommentare darüber, dass es peinlich ist und dass sie es einfach sein lassen sollen. Es gab jetzt auch seit vier Monaten keine Folge mehr. Die haben es noch relativ lange durchgezogen. Hat dann aber kaum jemand geguckt. Ich meine, selbst ich mache mehr Aufrufzahlen als CSU und ich bin halt einfach so ein Trottel mit einer Kamera und die sind halt eine ganze Bundestagspartei mit einem riesen Budget und so einem komischen Moderator. Es ist also grob zusammengefasst. Es kommen die ganze Zeit irgendwelche Glitch-Effekte und da steht so ein Hampelmann und sagt, Grüne doof, Greta auch doof, Luisa Neubauer doof, Linke doof. Ihr habt alle keine Ahnung, Leute, wählt mal CDU. Es kommt halt ein bisschen komisch rüber, wenn das von einer Partei direkt ist und nicht von irgendwelchen unabhängigen Leuten. Also es ist eigentlich nur bashen wie die anderen. Guckt mal, die machen auch ganz viele Fehler. Wir sind cool. Wir haben hier den Philipp und den Andi. Das sind richtig coole Leute, aber die sind alle doof. Ja, hätte man sich auch sparen können. War peinlich. Apropos peinlich. Die CDU Gaming Night mit Philipp Amthor und Tilman Kuban. Puh, das war wirklich auch ein großartiges Event. Die haben vorher schon Gaming-Influencer gesucht, die mit denen eine Runde zocken. Habe ich mich beworben, keine Antwort bekommen. Die Space Frogs anscheinend auch. Die haben als dieser Stream war auch parallel gestreamt, hatten deutlich mehr Zuschauer und sind auch ein paar Leute wohl darüber gegangen, haben da einen Chat geschrieben. Gibt es ein sehr gutes Video von denen drüber, kann ich nur empfehlen. Und man merkt einfach, wie die sich an die Jugend anbiedern wollen. Wie Philipp Amthor da mit dem Gamepad sitzt und eigentlich absolut keine Ahnung hat, was er da tut. Aber denkt, hey, Gaming, junge Leute, das ist aber cool. Und da stellt er dann auch die wirklich wichtigen Fragen. Ist man da immer für ein Game speziell? Wie ist das denn so bei Gamern? Spielt man da eigentlich nur ein Spiel oder mehrere? Da hat jemand Ahnung, ne? Also, muss das denn sein? Wer will denn bitte Politiker, die sich als Gamer verkleiden, wenn man doch wirklich weiß, dass es keine sind? Ich habe das bei der Gamevention auch mitbekommen. In dem Fall war es eine von den Grünen. Da wurde das in Hamburg von der stellvertretenden Bürgermeisterin oder was, die war eröffnet, die dann auch auf dem Podium gesagt hat, Gaming ist wirklich mein Leben. Das ist einfach nur geil. Ich mache das auch schon seit Ewigkeiten. Und puh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gezockt habe. Ich glaube, das war letztes Jahr Weihnachten. Just Dance. Ich bin eine Gamerin. Dann lasst es doch einfach. Gebt doch einfach zu, dass ihr keine Gamer seid. Ist doch auch in Ordnung. Aber sich hinzustellen und sich dieses Gamerhütchen aufzusetzen im Sinne von, ja, ich bin da voll drin. Ich bin am Puls der Zeit. Ich spiele dieses Forkknife und dieses Vollguy. Das ist, hu, ich habe da richtig alle nass gemacht bei der Gaming Night. Was soll sowas? Es gab auch kritische Fragen im Chat. Es wurde auch von Amthor unter anderem gesagt, ich weiche hier gar nichts aus. Ihr könnt mich fragen, was ihr wollt. Die kritischen Fragen wurden dann aber trotzdem nicht vorgelesen. Dann sag es doch nicht. Was soll denn dieses dämliche Angebiet davon wegen, ja, ja, ich weiche nichts aus. Ihr könnt mich fragen, was ihr wollt, wenn man es dann nachweislich nicht tut. Man kann den Chat sehen, der ist öffentlich. Also, peinlich. Yay, Überwachung von Privatleuten. Da kriegt man direkt so ein ganz unangenehmes Feeling von DDR, Stasi und Bespitzelung von Nachbarn. Bisschen unangenehmes Thema. Kriegt man ja auch immer wieder mit, dass das den Linken vorgeworfen wird, dass sie die Nachfahren der Stasi und der SED sind. Aber wenn man genau hinguckt, dann findet man tatsächlich in jeder deutschen Bundestagspartei ehemalige Stasi-Leute. Sogar in der AfD. Wobei das jetzt natürlich ein bisschen unfair ist. Es sind zwar in allen deutschen Bundestagsparteien Leute mit Stasi-Hintergrund, aber es sind natürlich nicht in allen Parteien gleich viele. Die meisten, die direkt nach der Wende zurück in die Politik sind, sind natürlich in die CDU gegangen. Huch! Und ja, DDR und Stasi waren natürlich schlimm, aber Bitch, please, das ist jetzt 30 Jahre her und ihr von der CDU habt gut 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ehemalige NSDAP-Leute zum Bundeskanzler und Parteivorsitzenden gemacht. In einer großen Koalition übrigens. Sympathisch. Die DDR war natürlich auch eine Diktatur und ich möchte das hier mit keiner Silbe irgendwie gut reden, aber Weltkrieg mit Genozid ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber dieser Stasi-Vorwurf ist gerade von Seiten der CDU eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit. Denn wenn man sich mal anguckt, wer in letzter Zeit Gesetze zur Überwachung normaler Bürger beschlossen hat, dann waren das eigentlich nie die Linken, sondern immer CDU und SPD. Es gibt da mehrere Listen im Internet, ich verlinke euch mal eine. Kann man sich mal durchklicken, ist eigentlich recht interessant. Das heißt jetzt alles nicht, dass man bei einer linken Regierung garantiert bekäme, dass das nicht wieder ausartet. Aber wenn man sich die Abstimmungsergebnisse so anguckt, dann waren wirklich jedes Mal die CDU, CSU und die SPD diejenigen, die mehr normale Bürger überwachen wollten. Gerade dieses Jahr gab es ja auch neu den Bundesprojaner, der ohne konkreten Anfangsverdacht aufgespielt werden darf. Und dann einfach aus euren Geräten alle möglichen Daten weiterleiten kann. Dann können die einfach alles mitlesen, durch eure Kamera gucken. Super, Honecker hätte sich gefreut über derartige Werkzeuge. Vielleicht einfach beim großen Bruder USA gelernt. Das war zwar schon irgendwie doof damals mit der NSA, als die Merkels Handy abgehört haben, aber das macht man halt mal so unter Freunden. Und wenn man sowas aufdeckt, ist man natürlich ein Krimineller, dem man auch hier keinen Unterschlupf oder Hilfe irgendwie anbieten kann. Also bei Russland kann man es verteufeln, wenn die Oppositionellen da verfolgt werden. Aber bei USA, hm, wo sind denn Julian Assange und Edward Snowden gerade und warum? Apropos USA. Ich weiß nicht, wie ihr Krieg findet. Ich finde es persönlich nicht so cool. Man kann gucken, wie sich die Parteien dazu verhalten haben, zu den Aufträgen von Bundeswehrmissionen im Ausland. Die AfD hat gesagt, dass sie da nicht mitmachen wollen, haben aber noch nicht abgestimmt, weil die noch nicht so lange mit dabei sind. Sonst ist es so gelaufen, dass die Linke als einzige Partei immer dagegen gewesen ist. CDU, CSU und SPD waren eigentlich so ziemlich immer dafür. Und die Grünen so, hm, mal ja, mal nein, relativ hin und her. Was ich doch bezeichnend finde. Viele Leute haben ja so ein Bild von denen, als wären das so friedliche Hippies. Aber wenn es dann um Kriegseinsätze geht, ist man dann manchmal doch dafür. Ich hoffe, die Panzer fahren wenigstens mit Ökostrom oder Rapsöl und verschießen recycelbare Patronen, dass das nicht so schlecht für die Umwelt ist. Aber, ne, äh, sie sind schon doch relativ häufig für Bundeswehreinsätze gewesen. Finde ich jetzt nicht so cool. Kürzlich durch die Medien gegangen ist ja wieder der Einsatz in Afghanistan. Und dazu hat sich auch unser Herr und Erlöser Armin Laschet öffentlich geäußert. 2015 darf sich nicht wiederholen. Nicht die Jahre davor, die dazu geführt haben, dass die Leute es da nicht mehr aushalten und eine lange gefährliche Flucht in Kauf nehmen, um vielleicht hier anzukommen. Sondern das Jahr, wo die schwer traumatisierten Leute hier angekommen sind. Das darf sich nicht wiederholen. Fluchtursachen bekämpfen, hm, naja, solange die nicht hierher kommen, ne, ist ja auch egal. 20 Jahre geht die Nummer da in Afghanistan zum Beispiel schon. Und ist es da jetzt schöner als vorher? Das hat 20 Jahre vier Präsidenten etliche Milliarden gekostet, um die Taliban durch die Taliban zu ersetzen. Wow. Was hat man da jetzt konkret gewonnen? Ein ganzes Land voller Leute mit Kriegstrauma hinterlassen. Super. Das ist auch nicht die Art von Nationalstaat, wie man das hier in Europa vielleicht kennt. Sondern eher so ein Flickenteppich aus kleinen Gebieten, die von verschiedenen Warlords beherrscht werden. Und dann kann man da als amerikanischer oder deutscher Soldat hingehen. Aber die Leute werden wahrscheinlich nicht wirklich verstehen, was man da von ihnen möchte. Und dann bringt das ja jetzt auch nicht so viel, oder? Ich meine, da können unsere Werte noch so freiheitlich und gut sein. Wenn man die nicht vermittelt bekommt, was bringt das denn dann? Wenn die Leute nicht verstehen, was man da will, dann geht doch einfach weg da. Das bringt doch nichts. Man kann da jetzt auch Polizisten ausbilden und dann sagen, die sorgen jetzt hier für Sicherheit. Aber das sind ja auch nur Leute, die einen Job haben wollen. Und wenn dann unsere Boys da abziehen, dann kommt vielleicht die Taliban und sagt, hey, du hast doch eine Polizeiausbildung, wir bezahlen dich ganz gut. Die Chance ist ja schon da, dass sie dann einfach für die arbeiten. Und da ist ja auch keine mitgeholfen, oder? Von einer Katastrophe zu einer anderen. Klima. Hängt vermutlich den meisten schon irgendwie zum Halse raus, diese große unsichtbare Macht, die Leute umbringt und die Welt verwüstet. Manche glauben dran, manche nicht. Ich glaube an Gott und nicht an den Klimawandel. Ja, dann war Gott, dass vielleicht einfach der NRW überflutet hat. Kannst ja gemeinsam mit dem erzkatholischen Armin eine Arche bauen. Vielleicht hat ja Gott auch einfach wieder die Sonne ein bisschen zu warm gemacht oder sowas. Wir sollten die Sonne verklagen. Und die müssen uns beweisen, dass der Klimawandel nichts mit der Sonnenenergie und der Sonnenintensität zu tun hat, sondern mit unserem Atmen und mit unserem Verbrennen von Kohle und sonst was. Ja, guess what? Da gibt es Zahlen, dass die Sonne kälter geworden ist und die Erde trotzdem wärmer. Ja, können wir jetzt darüber reden dann? Bis auf ihre Partei haben alle deutschen Bundestagsparteien in ihren Wahlprogrammen festgelegt, bis wann sie Deutschland klimaneutral machen wollen und wie man am nächsten an die Pariser Klimaziele rankommt. Und was mich überrascht hat, war, dass die Linken da ein bisschen radikaler sind als die Grünen, obwohl es da um Umwelt und CO2 und sowas geht. Aber trotzdem wählen Umweltaktivisten dann lieber die Grünen, weil die haben ja eine schöne Blume im Logo. Und dann sieht das mehr nach Umweltaktivisten aus als die Linke, wo man das ja, man sieht es halt nicht direkt im Logo und im Namen. Deswegen muss man den Leuten das vielleicht ein bisschen nachsehen. Der CDU und Laschet wirft man das ja auch ganz gerne mal vor, dass die das ein bisschen zu langsam angehen und nicht ernst genug nehmen. Aber was Klimaschutz angeht, ist NRW, was unter Laschet lief, wirklich ganz vorne mit dabei, sagt er zumindest selber. Und deshalb ist Nordrhein-Westfalen ja eines der Länder, das am meisten tut, gegen den Klimawandel zu kämpfen, CO2-Werte zu senken. Ja, guess what, das stimmt nicht. Entweder versucht er uns da zu verarschen oder hat einfach andere Maßstäbe als andere Menschen. Die Pro-Kopf-Emissionen in NRW liegen sogar über dem deutschen Durchschnitt. Das Einzige, wo NRW an der Spitze ist, ist die Windenergie. Aber wer weiß, wie lange noch denn da wurde Ende April unter Armin Laschet ein Gesetz geändert, was jetzt bestimmt, dass Windräder mindestens ein Kilometer von Wohngebieten wegstehen müssen. Klar, man möchte nicht so gerne so ein Windrad direkt vor der Wohnung haben. Aber was da ein bisschen komisch wirkt, ist, dass es sogar Kohlekraftwerke gibt, die nicht mal halb so weit davon wegstehen. Ich kenne sogar jemanden, der da in der Nähe wohnt und davon berichtet hat, dass es da manchmal Kühlwasser abregnet. Klingt ja idyllisch. Scheint so, als hätte jemand so ein bisschen so ein Fable für die Kohleindustrie. Mein Vater war Bergmann. Als Ministerpräsident habe ich die letzte Zeche geschlossen. Ah, so stolzer Bergmann, dass er sich als einziger Ruß ins Gesicht geschmiert hat. Letzte Zeche wird geschlossen, voll mit Posern, aber da steht er unser Erlöser, der letzte teite Kohlekumpel. Wisst ihr noch bei der Flutkatastrophe, als sich die RTL-Reporterin Schlamm ins Gesicht geschmiert hat, damit das alles ein bisschen dramatisch aussieht und als sie dafür gefeuert wurde? LOL. Hier, fand Armin wohl cool. Oh boy, ein weiteres Fettnäpfchen, wo schon jemand reingetreten ist. Hier kommt der Laschet-Fuß. Vielleicht war es auch einfach nur Blackfacing oder so, bei der CDU weiß man ja nie. Sieht das aus wie jemand, der die Energiewende vorantreibt? Jeder weiß doch, dass die Kohle irgendwann ausgeht, genauso wie Öl. Und dass beides jetzt nicht so toll für die Umwelt ist. Und selbst wenn man nicht an den Klimawandel glaubt, dann weiß man ja, dass fossile Brennstoffe nur mal irgendwann weg sind, wenn wir alle verbrannt haben. Und wäre es dann nicht gut, jetzt schon mal darauf vorbereitet zu sein? Deutschland hat jetzt schon vergleichsweise sauteure Strompreise. Wird das besser, wenn die Energielieferanten irgendwann weg sind? Sonne und Wind wird uns ja wahrscheinlich nicht so schnell ausgehen, oder? Oh boy, lass mal noch ein Dorf enteignen und wegbuddeln. Oder so ein Wald, den Hambacher Forst zum Beispiel. Illegal. Danke Kohlelobby, dass ihr uns so gut unterstützt. Es gibt sogar ein Video, in dem Laschet zugibt, dass das mit dem Brandschutz ein vorgeschobener Grund war. Kann ich jetzt hier nicht einblenden, weil ich dann wahrscheinlich angezeigt werde. Aber man findet das schon. Ihr könnt ja mal googeln. Jedenfalls hat jetzt ein Gericht entschieden, dass das nicht rechtens war. Und trotzdem sagt Laschet weiter in Interviews sowas hier. Wenn du in einen Wald einen Ofen stellst, ist das doch gefährlich. Keiner stellt in einen Wald einen Ofen. Da bringt einer einen Ofen in den Wald. Nicht, dass der Wald dann brennt, dann wäre er ja weg. Lass mal den ganzen Wald platt machen, denn wo kein Wald ist, kann auch kein Wald brennen, oder? Big Brain Move. Zum Glück war sein Vater kein Ölscheich, deswegen kann man statt Benzin für Autos auch Strom nehmen. Kohlestrom am besten. Deswegen hat er sich sogar extra mit Elon Musk getroffen, der in NRW ein neues Tesla-Werk bauen wollte, um ihm wichtige Fragen zu stellen wie Ist es nicht schön, wenn der Regierungschef fließend Englisch spricht und sich auch international verständigen kann? Aber was ist das bitte für eine geniale Frage? Hallo Herr Elektroautohersteller, was finden Sie besser, Elektroautos oder Wasserstoffautos? Ach Elektro? Dann haben wir das ja geklärt. Jetzt würde man Laschet fragen, ob man lieber ihn wählen soll oder einen der anderen Kandidaten. Eine Sache habe ich allerdings nicht verstanden. Wie kann man sich bei Schlaftabletten wie Steinmeier so kaputt lachen, während man dann hier einen straight face behält? Armin Laschet ist irgendwie komisch, oder? Ich glaube, er hat Musk einmal nicht verstanden, weil er Englisch geredet hat. Oder vielleicht hat er auch einen Knopf im Ohr gehabt mit Nathanael Leminski, der dann sagt, nein Armin, Armin nicht lachen. Bloß nicht lachen, Armin kam letztes Mal nicht so gut an Armin nicht lachen. Es gibt jetzt Leute, die sagen, dass Klimaschutz in Deutschland eh nichts bringt, weil es ja ein vergleichsweise kleines Land ist. Was macht das schon aus? Umweltkatastrophen interessieren sich einen Scheiß für Ländergrenzen. Und man kann doch auch nicht sagen, weil er da hinten in den Pool pisst, höre ich jetzt garantiert nicht damit auf. Machen wir halt alle weiter. Huch, was stinkt denn jetzt hier so? Bei so einer Flutkatastrophe wäre es ja ganz gut, wenn man dann wenigstens Soforthilfen hätte, dass man dann schnell was machen kann. Ah, die hat die Laschet-Regierung selber zwei Jahre vorher abgeschafft. Hm, na das ist jetzt blöd, ne? Wenigstens hat er dann danach Verantwortung übernommen und hat gesagt, dass man den Klimawandel ernst nehmen sollte. Und am gleichen Tag hat er gesagt, weil heute so ein Tag ist, ändert man doch nicht die Politik. Ja, was denn nun? Ich glaube ihm aber, dass er das mit dem Hochwasser tatsächlich so ein bisschen blöd findet. Ich meine, dann wird ja die ganze schöne Braunkohle nass, die da unter den Wäldern oder Dörfern noch liegt. Das wollen wir ja auch nicht. Dann brennt die ja vielleicht nicht mehr so gut. Und unter Wasser lassen sich ja auch die Dörfer nicht mehr so gut wegbuddeln. Apropos unter Wasser. Es gibt eine neue Pipeline bald. Nord Stream 2 habt ihr vielleicht mitbekommen. Laut Experten haben wir angeblich schon genug Gas in Deutschland, aber wir brauchen noch eine Pipeline, um Gas von Russland nach Deutschland zu bringen. kurz nachdem alle gesagt haben, hey, lass mal jetzt hier Klimaschutz machen, sagt die CDU, hey, lass mal noch mehr fossile Energieträger herholen. Ja, cool. Angeblich gab es da auch Küngeleien und Kuhhandel mit Artikel 13. Die FAZ hat das behauptet. Weiß ich nicht so ganz, wie man das bewerten kann. Könnte sein. Ich kann es euch ja mal verlinken. Ich glaube, der Artikel war teilweise hinter einer Paywall. Also, ähm, weiß nicht. Ich zahle doch kein Geld für die FAZ. Was erneuerbare Energien angeht, zumindest in der Mobilität, hat die CDU aber eine grandiose Lösung. Während in Japan Magnetschwebebahnen mit 600 kmh durch die Gegend fahren, auf einem eigenen Netz, wo keine Güterwaggons oder so im Weg stehen können, haben wir hier ein kaputtes Bahnnetz mit regelmäßigen Ausfällen und eine kaputte Autobahn. Aber die CDU NRW hat eine grandiose Lösung für unsere Verkehrsprobleme. Haltet euch fest, kein Scherz, Flugtaxis. Das steht ernsthaft so im Wahlprogramm, aber nicht bei der Partei oder so, sondern bei der CDU NRW. Womit fliegen die denn? Mit Rotoren, also Hubschrauber? Habt ihr schon mal in der Nähe von einem startenden Flugzeug oder Hubschrauber gestanden? Das ist laut wie Sau. Meine Güte, das könnt ihr jetzt bald überall haben. Aber wahrscheinlich klimaneutral, Zwinker. Dass das Energie ohne Ende frisst, ist simple Physik. Etwas zu heben braucht mehr Energie, als etwas zu schieben oder zu ziehen. Und die Idee an sich ergibt ja schon irgendwie Sinn, dass man Büros oder Wohngebäude aufeinander stapelt und Straßen dann trotzdem noch 2D sind. Man könnte jetzt auch Tunnel oder Brücken bauen oder man lässt einfach Autos fliegen. Cool. Was reimt sich auf cool? Hier hat die CDU wirklich eine blendende Figur abgegeben. Die waren nämlich mit ungefähr 3 Vierteln damals dagegen und schmücken sich dann teilweise heute damit. Die gleichen Leute. Zum Beispiel Drogenbeauftragte Daniela Ludwig. Die hat damals mit Nein abgestimmt und heute posiert sie auf Instagram mit einer Regenbogenflagge am Arm. Oder Armin Laschet hat eine Regenbogenflagge in seinem Wahlwerbespot. Dieses Jahr hat er gesagt, Merkel hat damals dagegen gestimmt. Ich hätte mit Ja gestimmt. Aber vor 4 Jahren hat er gesagt, Merkel hat dagegen gestimmt, hätte ich auch gemacht. Wie nennt man das nochmal? Ach ja, Lügner. Laschets Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sogar noch krassere Sachen dazu gesagt. Und zwar, Wir haben in der Bundesrepublik bisher eine klare Definition der Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau. Wenn wir diese Definition öffnen, auf eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen. Etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen. Was kommt als nächstes? Wenn Homosexuelle heiraten dürfen, dann auch Geschwister? Also das können wir nicht machen. Nachher kriegen die noch Kinder miteinander und dann werden das behinderte Kinder. Also bei den Geschwistern. Ich will nicht mehr. Wer damals wie abgestimmt hat, kann man heute noch auf bundestag.de nachlesen. War auch erst 2017 einige der Köpfe, die damals für Nein gestimmt haben. Könnte man auch heute vielleicht noch kennen. Die eine Fraktionslose war übrigens Erika Steinbach. Die wurde auch als CDU reingewählt. ist dann halt nur ausgetreten. Was für geile Bilder, die auch teilweise haben. Hallo Parteikollegen, können wir vielleicht heiraten? Nein, 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 nein. Sogar Gaius Julius Cäsar war dagegen. Ja, der heißt wirklich so. Was wäre denn das, wenn Schwule heiraten dürfen? Dann adoptieren die vielleicht als nächstes noch Kinder und dann werden die Kinder ja in der Schule gemobbt bei solchen Eltern. Im Gegensatz zu Eltern, die ihre Kinder Gaius Julius Cäsar nennen. Fühlt sich das eigentlich cool an, wenn man als Jens Spahn zum Beispiel mit seinem Mann auf CDU-Parteievents geht und dann weiß, dass drei Viertel der dort anwesenden Parteifreunde dagegen gewesen wären, dass er den heiraten darf? Ich glaube nicht so ganz. Bekommt eine verheiratete lesbische Frau ein Kind, wird übrigens auch nur die biologische Mutter als Mutter zugelassen. Wer sie mit einem Mann verheiratet, wäre das kein Problem, auch wenn er nicht der biologische Vater ist. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist das nicht mal möglich, wenn beide verheiratet sind und das ausdrücklich wollen. Mehrere Parteien wollen das beheben, die CDU stellt sich seit jeher dagegen. Warum das so ist, wurde Laschet in einer TV-Sendung von einer Betroffenen gefragt. Und das ist einfach Gold wert. Warum verhindert denn die Union, dass unsere Kinder, also mein Sohn, rechtlich zwei Elternteile an die Seite gestellt bekommt und damit genauso gut abgesichert wird, wie alle anderen Kinder in diesem Land? Es gibt über diese familienrechtliche Frage in der Tat sehr viele Detaildiskussionen. Das ist das Problem gewesen. Wieso verhindert die Union, dass unsere Kinder und Eltern... Die Union verhindert es nicht als... Jedes Mal. Faktencheck. Das machen wir. Wir haben im letzten Jahr deswegen eine Initiative gegründet und sind damit schon beim Bundesverfassungsgericht, weil zwei Gerichte gesagt haben, dass dieser Zustand verfassungswidrig ist. Ja, wenn er verfassungswidrig ist, muss er korrigiert werden. Aber er muss umfassend dann angepackt werden. Genau. Deswegen machen wir auch eine kanzlerierte strategische Prozessführung und ihren Job ehrenamtlich, damit diese Gesetze endlich angeglichen werden. Zwei sind schon da. Es werden noch weitere Folgen. Es wäre vielleicht gut, wenn die Union diesmal auf der richtigen Seite der Geschichte wäre, damit sie auch für Familien wählbar bleiben. Gut. Gut. Langsam wünsche ich mir echt, dass der Typ Kanzler wird, um vier Jahre lang zugucken zu können, wie er in jeder Situation von allen möglichen Leuten in die Ecke getrieben wird. Der Beitrag ist ziemlich cool. Ich verlinke euch den in den Quellen, ist aber leider zu lang, um den hier komplett reinzuschneiden. Zum nächsten Thema. Ihr habt es vielleicht in eurem Umfeld auch mitbekommen, aber es gibt immer mehr Leute, die kein oder wenig Fleisch essen. Weiterhin wird allerdings die Fleischindustrie immer noch ziemlich gut subventioniert. Obwohl es weder besonders gesund noch gut fürs Klima ist, viel Fleisch zu essen, besonders viel rotes Fleisch. Und Milch ist jetzt auch nicht, also es ist kein Gift, aber so besonders toll und so ein Wundermittel, wie es manchmal verkauft wird, ist es nun auch nicht. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Veganer ist, Sojamilch wird deutlich höher besteuert als normale Milch, also was da Subventionen angeht, ist doch deutlich eher Richtung traditionelle Lebensmittel wie Fleisch, Milch und so weiter. Und dieser neumodische Quatsch, ne, naja, das mag man bei der CDU und SPD nicht so gerne. Wenn man jetzt Landwirtschaft hört, dann denkt man vermutlich selbst auch eher an große Felder, an einen Bauernhof mit Pflanzen, vielleicht auch ein paar Tieren, aber darunter fallen auch diese ganzen Massentierhaltungsanlagen. Das ist auch Landwirtschaft. Mich hat jetzt interessiert, wie viel der Subventionen wohin gehen und was in die Massentierhaltung geht, was auf den Bauernhof geht, aber man findet dazu leider nicht so genaue Zahlen. Fast so, als ob das Landwirtschaftsministerium das lieber nicht so gerne möchte, dass wir das wissen. Es gibt zwar so ein paar Zahlen, aber die sind relativ intransparent und es gibt da auch keine Differenzierung zwischen Pflanzenanbau und Tierwirtschaft, zumindest nach dem, was ich herausgefunden habe. Auf landwirtschaftliche Zugmaschinen wird zum Beispiel die Kfz-Steuer erlassen. Das sind aber jetzt nicht unbedingt Trecker und Mähdrescher nur, sondern auch große Viehtransporte. Da werden mehrere Millionen pro Jahr an Steuern eingespart, dafür, dass man ganz viele Schweine oder Kühe in großen Laster stopft und über die Autobahn fährt. Cool. Ob man jetzt weiter Fleisch isst oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen, aber es gibt da so ein paar Dinge, die man meiner Meinung nach auch als Fleischesser nicht unbedingt supporten sollte. Zum Beispiel betäubungslose Kastration oder Kopieren von Schweinen. Also Kopieren ist, dass man denen das Ringelschwänzchen abschneidet, weil die in so engen Gehegen sind, dass die durchdrehen und sich dann gegenseitig da reinbeißen. Dann schneidet man das halt einfach ab, dann kann man da auch nicht mehr reinbeißen. Tolle Lösung. Wow. Die EU hat das eigentlich schon 2013 verboten, aber mit einer Übergangsfrist bis Ende 2018. Die wurde dann dank CDU und SPD noch weiter verlängert. Das ist erst seit Anfang diesen Jahres verboten, beziehungsweise man muss vorher betäuben, bevor man den Schwanz oder den Sack abschneidet. Da gibt es dann aber auch Gesetzeslücken, wie man das trotzdem noch ohne Betäubung machen kann. Und teilweise behaupten auch einige Quellen, dass Deutschland da gegen EU-Recht verstößt, aber wer soll sie schon bestrafen. Beim Tierequälen gibt es aber zum Glück wenigstens keinen Sexismus. Da werden nicht nur die männlichen gequält, sondern auch die weiblichen. Da dürfen alle Schweine leiden. Super. Und zwar gibt es nämlich für die weiblichen Kastenstände. Da tut man dann Säue rein und fixiert die auf dem Boden mit so einem Metallgestänge, dass die nicht aufstehen oder sich umdrehen können. Dann werden die einfach den ganzen Tag auf den Boden gepresst und die Ferkel können dann daran trinken. Aber für die Sau ist jetzt wahrscheinlich nicht so schön die ganze Zeit von so einem Metallgestänge auf den Boden gepresst zu werden. Super. Wieder mal eigentlich verboten, aber dann ewig lange Übergangsfristen, die dann auch noch mal gerne verlängert werden, weil die arme Industrie sich ja anpassen muss. Da kriegen die dann schon mal ein paar Jahre Zeit. Stellt euch das einfach mal in anderen Situationen vor, wenn es nicht nur um Tiere geht. Sklavenhaltung ist unethisch. Von nun an ist jeder Sklave frei und man darf keine Sklaven mehr halten. Aber wie sollen wir dann unsere Felder bestellen? Na gut, dann kriegt ihr jetzt noch sieben, acht Jahre Übergangszeit. So lange könnt ihr das noch machen, aber danach sind die dann wirklich frei. Klingt ganz schön bescheuert, oder? Aber wenn es nur um Tiere geht, dann ist es unserer Landwirtschaftsministerin Klöckner halt egal, ob wie lange oder wie vermeidbar Tiere leiden. Betäubungsmittel besorgen, uh, das dauert schon ein paar Jahre. Aber wenn es dann um sowas wie NetzDG oder Artikel 13 geht, das kommt dann sofort, oder vielleicht zwei Jahre Übergangsfrist, aber da geht es halt auch um wirklich wichtige Themen, dass zum Beispiel ein Politiker auf Twitter als 1 Pimmel bezeichnet wird oder dass Leute Memes machen. Da muss ganz schnell ein Riegel vorgeschoben werden, aber Tierquälerei, also, pfff, ne, da, es kann ja ruhig noch 10, 20 Jahre weitergehen, da kann man dann nochmal eine Übergangsfrist einreichen, vielleicht auch noch 40 Jahre mal gucken. Wirksamkeit von Betäubungsmitteln ist jetzt auch nicht so ein großes Mysterium. Das kann man relativ leicht rausfinden, da gibt es auch einige Methoden, die von unseren Nachbarländern angewandt werden, aber, die haben die Industrie, das ist halt, das ist halt zu schwierig, denen das Tierquälen zu verbieten. Nach Jens Spahns Aussage, dass Hartz IV ja nicht gleich Armut ist, gab es auch eine bekannte Petition, die sagt, dass er mal eine Woche von Hartz IV leben muss. Daran habe ich mir jetzt ein Beispiel genommen, und zwar fordere ich, dass Julia Klöckner eine Woche lang in einem Kastenstand verbringen muss. Petition ist in der Quellenliste, ist unten verlinkt. Nur weil Bumsen Spaß macht, ist Prostitution kein Brokkoli. Okay. Ich selbst bin kein Brokkoli-Raucher und ich glaube auch nicht, dass es ein Wundermittel ist, was besonders toll ist und alles heilen kann. Ich glaube auch, dass es Nebenwirkungen haben kann, aber come on, so schlimm ist es nun auch nicht. Und wenn Leute kiffen wollen, von mir aus. Mordler und Ludwig sollten im Internet ja hinreichend bekannt sein durch großartige Argumentationen wie das ist verboten, weil es illegal ist oder hui, das ist kein Brokkoli, das ist wirklich gefährlich und die Position ist da immer Alkohol, naja. Also mäßig, aber regelmäßig. Aber Brokkoli? Nope. Nein, mein Lieber, sicher nicht. Aber was erwartet man schon von CSU-Ministerinnen? In der CSU kann man ja auch nach zwei Maß Bier noch Auto fahren, aber bei Brokkoli, ähm, selbst eine Woche später kriegst du dann noch den Lappen abgenommen, wenn die Wirkung schon längst nachgelassen hat. Das aktuelle Verbot treibt die Leute doch bloß zum Dealer, wo sie dann nicht wissen, was da drin ist und wo denen dann irgendwie Blei oder Haarspray oder Sand oder was weiß ich, was dazwischen gemischt wird. Macht's das Ganze besser? Ich weiß ja nicht. Ähnlich so ist es bei Prostitution. Das ist zwar aktuell erlaubt, aber da gibt's auch einen Teil der CDU, der das verbieten möchte. Als ob die Leute, die da jetzt hingehen, plötzlich ihre Triebe verlieren, wenn man's ihnen verbietet. Das findet dann nur in irgendwelchen Hinterzimmern oder Kellern mit noch unheimlicheren Zuhältern statt. Da ist doch wirklich niemandem mitgeholfen. Die Begründung war unter anderem zum Schutz von Schwangeren. Wie viele schwangere Prostituierte gibt's denn schon? Das klingt für mich eher wie Denk doch mal einer an die Kinder! Außerdem würde die CDU doch eh am meisten davon profitieren, wenn es mehr Hurensöhne gäbe, weil dann hätten die schließlich auch mehr Wähler. Puh, endlich ist der Mist vorbei. Geht wählen, Leute, oder nicht, ist eure Sache. Ich freue mich jedenfalls, dass das Thema endlich mal wieder vorbei ist und mal auch wieder um ein paar andere Sachen geht. In vier Jahren kann man dann hoffentlich endlich eine süße Katze wählen. Statt dem, da hätte ich doch lieber eine Katze als Bundeskanzler. Ja, keine Ahnung, geht vielleicht wählen. Ich bin raus. Imbiss der Beste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.